Yo, moin Leute, was geht und willkommen zu einem weiteren Video. Diese Runde, die ihr gleich sehen werdet, war definitiv die geilste Warzone-Runde, die ich jemals gespielt habe. Ich habe zwar absolut wenig Kills gemacht, ja gut, okay, das ist nichts Neues, aber es war einfach von Anfang bis Ende einfach ein Actionfilm. Es war wirklich einfach ein Actionfilm. Vor allem, die Runde ist eigentlich schon so lange her, aber irgendwie kam ich nie dazu, es zu schneiden. Ey, wirklich, was da alles passiert ist, aber egal, ich wünsche euch viel Spaß mit der Runde. Ja, die Runde ist schon so alt, da hat man noch M4 gespielt. Und HDR. Shootbreak? Marvin? Ja. Ich hätte mir jetzt von hinten gebumst. Tut mir leid, ich habe einfach weiter geschossen, es war irgendwie... Du hast den Kill... Ja, und das war auch die Zeit, wo man noch Kills klauen konnte. Bin nie dazu gekommen, das Video zu schneiden. Über dir, über dir ist ein Sniper. Scheiße, über dir auf den Berg. Oh ja, schießt auf mich, schießt auf mich. Ich habe gar keine Rüstung, fällt mir da gerade auf. Muss mir Platten kaufen, vielleicht. Hab ich einen K.O.? Ich bin auch jetzt bei dir, Felix, aber hier ist nichts noch. Zu dem Zeitpunkt konnte ich noch snipen, also ja, es ist schon sehr lange her. So, ne, Platten habe ich noch nicht. Ja, ihr kennt ja, kleiner. Safe auf dem Dach, glaube ich. Auf dem Dach oben? Hab ich markiert? Ja, ich sehe. Dann lass da hinfliegen, oder? Ja, auf jeden Dinger, Spezial-Hinsatz, ja. Ja, komm, du schießt, da steht, lass mich zu schlabbern. Come on, schlabber-Auftrag. Okay. Jetzt lässt euch beide auf die rechte Seite. Ja, ich bin... Die flieh auch weg. Ja, auf dem Gebäude ist niemand mehr. Mein Gott, das ist gerade so ein geiler Fight wie im Trailer, Junge. Let's go! Schlabbert ihn, schlabbert ihn. Ja, ich bin... Ich glaube, das ist alles, was die anderen Räsen sind. Du bist zurück, zu verlieren, und das ist, wo du endest. 67 ist der Pizze mit Makarov einmal, also let's cutt ihn los. Alter, aufschlösen ist jemand drauf, aufschlösen ist jemand drauf, hab ihn mal markiert. Mhm. Hab ihm Hit gegeben. Ich glaube, er hat keine Westen. Andere Seite, andere Seite, Philipp. Digga, ich schwöre genau. Ich schwöre genau wie im Trailer, wie im COD-4-Trailer. Ich schwöre es. Wirklich genau gleich. Ich treff ihn aber nicht. Kannst du auch stillhalten, stillhalten, stillhalten. Drei Leute, ne? Ich kann nicht... Sonst werdet ihr gesniped. Ja, links... Hey, Digga, die Hitbox ist richtig komisch. Bin ausgestiegen auszusehen. Ja, steck aus, steck aus, steck aus. Steck aus. Komm. Gut gespottet. Nein, Digga, weil ich auch aussteige. Ja! Oh mein Gott! Er hat dich selbst gekillt. Ah, nee, du hast ihm den Heli gekillt, ne? Der Heli ist auf ihn drauf gelandet. Der Heli ist auf seinen Kopf gelandet. Der Heli ist auf seinen Kopf gelandet. Ich kacke ab. Das ist der beste Kill. Das ist der beste Kill. Also die Hitbox war ganz komisch. Also irgendwas hat er getroffen. Ich hab halt doch reingesprampen. Hab einen rausgesniped. Hab den... Ich hab den Fahrer. Ich hab den Fahrer. Nice. Noch einer auf dem Boden. Hier, ich markieren. Hab Shield-Break. Hab ihn. Tod. Alle tot. Digga. Noch einer, noch einer. Noch einer, noch einer. Wo? Markieren, markieren. Hab Shield gebraked. Äh, Shield getroffen, meine ich. Er rennt um den Stein wie so ein Geisteskranker. Ja. Junge, wie er rennt? Rett weg. Digga, werden die beste Position hält. Es ist wie Mohun. Hab Shield gebraked. Hab ihn tot. Ja. Digga, so lecker. Genau das hätten sie im Dräger bringen müssen, was gerade hier passiert ist. Da kommt ein Auto auf mich zu. Ja. Komm, freut. Auf geht's. Let's go Mohun, Junge. Wir drehen direkt wieder ab. Drehen direkt wieder. Ja, ich hab keine Platten gehabt. Hier liegt einer. Digga, hier war einer close gelegen. Digga, ein Actionfilm wirklich. Digga, was ist denn hier los? Hier hinten ist er sehr weit entfernt. Hab ihn ein Stück gebraked. Oh! Oh mein Gott. Was ist los? Oh mein Gott, Junge. Digga, ich schwöre, es ist ein richtiger Trailer hier. Jungs, kommt ihr zu mir. Wir müssen move'n. Oh ja, Digga, ich bleib hier für immer. Ist mir scheißegal, ich sterb am Gas. Ist mir scheißegal, ich bleib für immer hier. Oh Digga, ich muss so Claw spielen. Oh Digga, ich sterb. Ich sterb. Nein, nein, nein. Nein, nein, du stirbst nicht. Er bin tot. Aber wir kriegen dich wieder, wir kriegen dich wieder, oder? Äh, fläutere um, fläutere um, fläutere um. Ja, ja, ich bin umgedreht. Oh Digga, wir haben ja so eine schlechte Posi. Längst ein Ding, ne? Hast du vakiert. Digga, wir müssen die Runde gewinnen, das ist wirklich... Hab ihm einen Shield-Tipp gegeben? Ich schwöre, die kann man ungeschnitten hochladen auf YouTube, ne? Ich hab ein Dröhnchen, ja, ich mach an jetzt. Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Und links auch noch einer. Oh, obendrauf. Ne, ne, unten, unten. Hä? Ist bug bei mir. Und, 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 und auch. Ich legge oder so. Ich bin rausgeflogen, glaube ich. Ich hab keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Hä, ich hab ihn gekillt, hä? What the... Am Stein links? Jungs, ihr wollt nicht wissen... Oben, oben kommt, oben kommt, oben da. Ich wurde gesniped, wurde gesniped. Ich bin gerade in der 10, ich bin gerade in der 10, Matrix. Ich bin gerade in der 10, Matrix, Jungs. Links noch close an den Rock. Ich bin wieder gesniped worden, ich muss revive den. Kann ich, kann ich. Ja, an dem Truck, an dem Truck. An dem Truck? Gibt Dings, gibt Dings, gibt Dings. An dem Truck, ja, an dem Truck. Feuerschutz, gibt Feuerschutz. Ach, ich bin in der Sonne. Wieder nockt, wieder nockt. Ey. Hey, echt? Ja, ich kann in die Zone aber krabbeln. Ich hab ihn einmal getroffen. Ich kann so ein bisschen rechts krabbeln. Ich kann so ein bisschen rechts krabbeln. Bin wieder drin, bin wieder drin. Ja, warte, warte. Wo denn von wo? Wo noch ein Kladden? Bei dem Truck irgendwo. Chris, kannst du mich holen, hier rechts ist ein Stein. Warte, ich probiere ihn zu snipen, wie ihr euch sehen, aber nicht. Ja, dann kommt er zum Truck. Ja, aber guck mal, hier hinter dir, also da ist so ein Hügel. Es ist nur noch einer, es ist nur einer. Achso, es ist nur noch der Truck. Ja, der ist so links vom Truck. Links vom Truck. Ich seh ihn, ich seh ihn. Hab ihn markiert? Fuck, hat mich getroffen. Du hast wieder Ems, du hast wieder Ems markiert. Ja, es ist so scheiße, wirklich. Es ist so scheiße. Ja, es ist irgendwie anders liegen. Vor allem, weil es eben... Hab ihn, hab ihn markiert jetzt. Ja, das ist aber ein bisschen mehr. Er ist eh auf mich fokussed. Äh, guckte man auch nicht. Hab ihn, es ne? Digga, ich schwöre, ich schwöre, das war die geilste Runde, die jemals im Blackout irgendwie... Äh, im Blackout. Ja, ich schwöre, ich schwöre, das war die geilste Runde, die jemals im Blackout irgendwie... Äh, im Blackout.